Mit Sponsored Brands Kampagnen können wir für Ihre Marke und Produkte mehr Aufmerksamkeit generieren. Um diese schalten zu können, muss man als Seller oder Vendor seine Marke im Amazon Markenregister registrieren. Wie auch bei den Sponsored Products wird hier das Pay-Per-Click-Verfahren angewendet. Es stehen uns drei Werbeanzeigenformate zur Verfügung. Bei der Produktkollektion liegt der Fokus darauf, die Käufer auf Produktdetailseiten zu lenken. Das Anzeigendesign können wir individuell gestalten. Hier hinterlegen wir Ihr Markenlogo, eine passende Überschrift, bis zu drei Produkte und falls gewünscht ein benutzerdefiniertes Bild. Die Landingpage ist entweder eine Seite Ihres Amazon Stores oder eine neu erstellte Produktlistenseite. Auf der Suchergebnisseite werden die Anzeigen links am Rand und ganz oben ausgespielt, also sogar über den Sponsored Products Anzeigen, welche sich über den organischen Suchergebnissen befinden. Somit fallen diese direkt ins Auge und stärken die Markenbekanntheit. Auf Produktdetailseiten werden die Anzeigen ebenfalls ausgespielt. Auch hier fallen die Anzeigen mit dem Markenlogo direkt ins Auge. Mit Store Spotlight haben wir die Möglichkeit, den Traffic direkt in Ihren Store inklusive der Unterseiten zu leiten. Als letztes gibt es noch die Sponsored Brand Videos. Hier wird ein Video zu einem einzelnen Produkt von Ihnen zunächst stumm geschaltet auf der Suchergebnisseite automatisch ausgespielt, sobald die Hälfte der Anzeige sichtbar ist. Der Kunde muss den Ton anschließend selbstständig aktivieren. Amazon gibt uns beim Sponsored Brands Kampagnen für die Ausrichtung zwei Möglichkeiten. Mit der Keyword-Ausrichtung buchen wir selbst ausgewählte Keywords ein und geben hier individuelle Gebote ab. Somit werden die Anzeigen bei passenden Suchanfragen der Kunden ausgespielt. Alternativ gibt es noch die Produktausrichtung. Bei dieser kann man die Anzeigen auf bestimmte Produkte, Kategorien, Marken oder andere Produktmerkmale ausrichten. Somit können wir beispielsweise auf Konkurrenzprodukte bieten, um bei der Ausspielung dieser die Aufmerksamkeit der Käufer auf Produkte ihrer Marke zu richten. Sponsored Brands Kampagnen sind in der Einrichtung aufwendiger als Sponsored Products, da es hier keine automatische Ausrichtungsmöglichkeit gibt. Es muss also vorher klar sein, was die Ziele der Kampagnen sind. Zudem werden hier Logos, Überschriften und Bilder hinterlegt, um die Anzeigen optisch aufzuwerten. Wenn Sie eine Marke haben und diese bei Amazon registrieren können, sind Sponsored Brands Kampagnen enorm wichtig. Schließlich sind diese Anzeigen oft das erste, was der Kunde bei seiner Suche bei Amazon sieht. Mit diesen stehen uns eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, ihre Markenbekanntheit zu stärken, ihre Produkte in den Fokus der Käufer zu rücken und somit auch langfristig den Umsatz zu steigern. Im nächsten Video sprechen wir über das Thema Sponsored Display. Weitere Informationen über unsere Leistungen finden Sie auf www.bluefusion.de. Haben Sie Fragen oder Themenvorschläge zu unserer Videoreihe? Senden Sie uns gerne eine Nachricht per E-Mail an amazon.bluefusion.de Ich sage besten Dank fürs Einschalten, viel Erfolg mit Amazon Advertising und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal zurück. gens